Darum spielte Inter ohne Trikotsponsor. Seit Saisonbeginn zierte der Schriftzug der Kryptowährung, Digitalwitz, die Brust der Mailänder. Dieser Deal sollte Inter bis 2026 85 Millionen einbringen. Doch bisher erhielt Inter noch keine Zahlung von der vereinbarten Summe. Auch Serie A Konkurrent AS Roma wartet noch auf Zahlungen und hat ebenfalls den Schriftzug entfernt.